Bereite dich auf dein Gruß und Abenteuer vor Erweckter. In dieser App kannst du deine Charaktere für Dragons Dogma 2 erstellen. Passe das Aussehen deines Hauptcharakters, des Erweckten und das Aussehen und die Neigung deines Vasallen an. Du kannst jeweils bis zu 5 Charaktere speichern, den Erweckten und deine Hauptvasallen. Die in dieser App erstellten Charakterdaten können auf das Basisspiel von Dragons Dogma 2, das separat erhältlich ist, übertragen werden. So, wir starten direkt. Ich freue mich schon. Endlich können wir unsere Charaktere erstellen. Das ist ja eine Sache, die 100.000 Stunden dauert. Deswegen ist es schön, dass eine App rausgekommen ist, damit ihr das vorab einstellen könnt. So, let's go. So, Erweckter und Hauptvasaller. Wir starten natürlich mit dem Erwecken. Wir können unsere Charaktere hier in dieser App speichern und anschließend, wenn das Spiel dann raus ist, können wir diese gespeicherten Charaktere übernehmen und dann zusätzlich noch weiter bearbeiten, weil mit dem Standardspiel dann auch neue Grafiken, neue Möglichkeiten integriert werden. Sehr nice. So, wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehenscharakter zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du anpassen auswählst. Einmal festgelegt kann der Rasse das Erwecken nicht mehr geändert werden. Das ist doch geil. Ähm, was nehmen wir? Ich glaube, ich erstelle einen Menschenmann und einen, äh, sind das Orks oder was war das gewesen? Keine Ahnung, wir starten erstmal mit einem Menschen. Uh, da ist ja eine riesige Auswahl, Leute. Oh mein Gott. Was nehmen wir? Oh, der sieht richtig nice aus. Der Muskelmensch, aber ein bisschen fett. Oh, dann nehmen wir dich. Bist du ein größer, du bist mir zu klein irgendwie. Schauen wir uns mal um. Entweder machen wir, also ich werde auf jeden Fall einen hübschen, stabilen Charakter machen und einen ultra hässlichen Charakter. Ich glaube, den Menschen mache ich ultra hübsch und stylisch. Ach, scheiße. Das wollte ich nicht anklicken. Nein, kann nicht zurückgehen. Jawohl. Wir waren noch nicht schwierig. Den Menschen sollten wir hübsch machen. Und du bist mir zu lauchig. Ähm, ich glaube, ich nehme tatsächlich dich. Du hast einen stabilen Körperbau, bist nicht zu fett, bist nicht zu, äh, dünn. Ja, ich glaube, du bist gut. Du bist gut. So, eine Sekunde. Machen wir. Zack. Okay. Charaktererstellung. Fünf Seiten voller Gesichter oder was? Oder nee. Doch. Fünf Seiten. Krass. Fangen wir hinten an. Ähm. Ey, der sieht wie so ein Typ aus, den ich privat kenne. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Würde gerne den nehmen, aber der ist mir nicht zu hübsch genug. Haha. Okay. Ey, ich find's geil, dass die alle möglichen Nationen irgendwie beachtet haben. Schau' doch das mal an, Leute. Schau' doch das mal an. Schau' doch das mal an. Ich kommentiere das nicht, aber schau' doch das mal an. Da ist alles dabei. Da ist einfach alles dabei. Da ist einfach alles dabei. Haha, was bist du, Pfeiler? Da ist alles dabei, Leute. Gefällt mir. So, ich glaube, das ist nach Alter Gordon. Und das sind so Teenager, so Erwachsene, kleine Papis, Opis und U-Opis. So die Reihenfolge. Sollen wir so einen richtigen Herkules uns bauen? Der würde eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen. Der würde gar nicht mal so schlecht aussehen. Ich schau' euch den mal an. Hm. Der sieht mir aus wie ein Streber. Das ist mir hier so ein Immobilienmakler. Bei dir bin ich mir nicht sicher, was du bist. Entweder bist du ein Kfz-Mechatroniker oder du bist ein Dachdecker. Aber der sieht aus wie ein Herkules hier. Ich weiß nicht. Gehen wir eins weiter. Ich glaube, die sind mir zu jung. Jetzt sieht er besser aus hier. Schau' euch das an. Da hat er sich entwickelt. Das Leben hat ihn verändert. Das ist schon witzig. Schau' euch das mal an. Also du hast dich richtig verändert, mein Freund. Normalerweise sind die alle irgendwie geordnet. Oh. Der hat sich auch richtig verändert hier. Als der Opa geworden ist. Naja. Ich dachte, das sieht die ganze Zeit geordnet. Schau' euch das an. Normalerweise ist es geordnet. Aber dann... Irgendwann hört es auf. Mit der Ordnung. Hm. Interessant. Gut. Ich glaube... Ich will mir hier jemanden aus. Oder hier. Hier. Der wäre gar nicht nur so schlecht. Der ist auch cool. Ne. Wir nehmen dich. Okay. Okay. Oh. Basiskopf. Wir können nochmal switchen. Was? Hä? Basiskopf. 1 von 3. 2 von 3. 3 von 3. Und was macht es dann? Du hast auch stylisch aus. Was? Entweder du. Oder du. Nehmen wir dich. Ah. Okay. Man kann es nochmal anpassen. So. Das ist... Das ist nice. Du hast einen Basiskopf ausgewählt. Möchtest du ihn weiter anpassen? Yes sir. Okay. Körper. Körpergröße. Körpergröße. Wie groß kann man dich auswählen? Was kann ich machen? 2,15 m? Ne. Das ist mir zu groß. Ich glaube so. 1,95 m ist die perfekte Größe. 1,95 m ist zu groß. Ich glaube eher so 1,89 m ist die perfekte Größe. 1,80 m ist normal. 1,80 m geht es in Richtung größer. Aber wenn man so 1,89 m ist breit, dann sieht es gut aus. so mein gefühl die rumpfgröße machen wir dich mal zu einem krüppel so bei den bodybuildern ist es meistens so dass ihre beine kürzer aussehen als der restliche körper deswegen sorge ich dafür dass hier die rumpflänge ein bisschen verhält wird muskelkraft wo das kann man auch anpassen geil hier schau dir das mal an ich kann es besser sehen machen wir grüße große trafizmuskel naja ist ja nur eine app stier nacken da wollen wir nicht übertreiben leute so bisschen ist okay oberkörpermuskulatur oh mein gott man kann ja ein lauch aus dem auch machen schau dir das so unterkörpermuskulatur das sind die beine leg day haben wir immer wöchentlich gehabt wir haben es nie ausgelassen oberkörpergröße da muss man aufpassen ich glaube das muss weniger sein unterkörpergröße das muss auch so ein bisschen minimiert werden das sieht gut aus gewicht 89 kilo das muss man damit auch haben crazy oh mein gott das habe ich gar nicht bemerkt also wenn ich die muskulatur weniger machen gehen geht auch mein gewicht runter alter also ist es noch wichtig junge 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 also lassen wir unser leg day doch aus hier das macht schon ein kilo auskommen wir bleiben bei 89 kilo nicht mehr nicht weniger und hier schauen wir mal was wir anpassen können unterkörpermuskulatur kann drei kilo gespart oder ja das mal so zwei bis drei kilo sparen oberkörpermuskulatur das bleibt oben ist mir egal lassen wir das mal so ja bestätigen hallo das bestätigt ausrüstung wechseln was ist passiert kann man sehen wie er mit ausrüstung aussieht das sieht doch nice aus leute schaut euch die haare an schaut euch diesen typen an das gefällt mir bestätigen ok mit alt abschließend rasse männlich mensch körper haben wir nein zurück basis kopf haben wir das haben wir schon alles gemacht detaillierte anpassung hier ich wollte eigentlich hier wieder zurückkommen ich habe es irgendwie nicht bekommen keine ahnung so da habe ich muss einfach nur auf zurückklicken glaube ich ok ich glaube das passt jetzt schauen wir uns mal das hier an kann man rein summen ok grüße kopf wir lassen es klein wir lassen es sollte passen soll zum körper passen leute länge kopf kann man damit auch gewicht anpassen nena also wie kommt warum keine lande man deswegen passt es so breite kopf das passt tiefe kopf dann muss man glaube ich an die seite schauen so ja so ist gut länge hals so halts muss existieren leute das aus der wichtig dass ich gut aus dicker als also wenn ein stehen er knapp da muss auch einen dicken als haben so sieht es gut aus ok ich glaube man muss einfach nur auf zurück klicken jawohl so eine sekunde da musst du niesen so weiter geht's schulterbreite macht es mit gewicht etwas aus nein ok sehr schön da schauen wir mal was wir aus dem machen ob wir aus der lauch machen das muss schon so bisschen bereit sein aber nicht zu viel so ist gut schultergröße wo das passt hier haben wir auch eine sache die das mit dem gewicht beeinflusst maximal zwei kilo mehr schauen wir uns mal die schulter an wir waren hier bei schultergröße ok eine sekunde so muss es schon sein leute wir machen ja hier eine maschine wir machen hier eine maschine wir werden die ganze welt rüber so ok schaut euch das an brust dicker da gehen einige kilo drauf leute also maximal sind 91 kilo drauf wir bleiben bei 89 müssen auch ein bisschen mit einem kilo sparen brustgröße ja das muss so sein das muss so sein rumpfbreite hier können wir ein paar kilos sparen machen wir mal auf 89 so detailarbeit ok so das ist gut aus das ist gut aus ich stecke beachboy so jetzt sind wir bei der armgröße angekommen bizeps bizeps krizeps bleiben wir bei 89 ok das reicht das reicht das reicht oberarm dicke müssen wir hier ein bisschen schauen ich glaube oberarm dicke kann bleiben ich fahre aber mal wie viel kilo wir sparen können ok bleiben wir bei 89 und unterarm muss aber mehr sein leute das ist sehr wichtig schau dich an ok ok nice so sieht's aus unterkörper ähm ich glaube ich lasse es so ähnlich weil wir müssen Kilo sparen ich kann mir vorstellen dass es wichtig ist später je schwerer desto langsamer sind wir normalerweise oh und deswegen würde ich hier versuchen Kilo zu sparen das einzige was ich machen möchte ist hier den Poppes bisschen größer machen oder oder den Warten ne der Warten kann bleiben schauen wir mal was wir machen können so wir sind bei 90 Kilo sind bei 90 Kilo das soll bei 90 bleiben eine Sekunde zack nee das kann auch bei 90 bleiben eine Sekunde zack schau mal hinten sehr gut Beingröse gesamt ähh soll auch bei 90 bleiben Schenkelgröße so bei 90 immer so ganz knapp Yes Und Wadengröße kann auch bleiben Okay, wir haben nicht viel gemacht hier Körperhaltung So, Bewegungsstil Was kann man hier anpassen? Oh Man kann O-Bein einstellen oder was? Lassen wir es Standard Oder? Ich habe den Unterschied noch nicht verstanden Ah, der läuft langsamer Oder? Ja Lassen wir es in der Mitte einfach Ellbogenwinkel Ach, dass man alles einstellen kann, gell? Hier, wir wollen ja eine Maschine machen Der hat so einen krassen Latismus Dass er seinen Winkel hier weiter ausspalten muss Schaut euch das an Lassen wir das mal so Kniewinkel Man kann echt einen O-Bein einstellen, ne? Lassen wir das so Körperhaltung Jawohl, du bist ein stolzer Mann Was ist der Scheiß, Alter? Egal, lass mir das so Das sieht cool aus So, Ausrüstung Jawohl, das hat schon was Das hat schon was Zurück Okay, wir haben es geschafft Was haben wir hier noch? Man kann noch weiter Oh mein Gott, man kann noch weiter Kopf, Körperbehaarung Make-up Tattoos Dekors Was gibt es noch? Okay, nur das Aber wir machen natürlich weiter Basiskopf haben wir schon eingestellt gehabt Die Haut So Die Haut Kann eigentlich bleiben Die Hautfarbe kann auch bleiben Aber wir haben hier Falten Ne, die Falten bleiben Hier Glanz haben wir auch noch Kann wir aus dem Barbie machen, oder was? Bäh Okay, das sieht ein bisschen ekelhaft aus, ne? Das sieht ein bisschen ekelhaft aus Ein bisschen geht, aber nicht mehr Das sieht okay aus Okay Augenbrauen Ich glaube, ich bin zufrieden mit deinen Augenbrauen Also ich weiß nicht, was ich da ändern sollte Das sieht eigentlich richtig gut aus, oder? Also ich will ja auch nicht alles ändern Ich finde, das sieht gut aus Genauso würde ich mir meine Augenbrauen auch machen Aber eine Sekunde Vielleicht können wir doch was einstellen Man kann die Tiefe, den Abstand vielleicht Nee, das haben wir nicht Das sieht schon gut aus Lassen wir es mal so Ja, ja Ja, ja Tiefe Augenbrauen Okay, da kann man nicht viel machen Aber wir lassen es mal so Lassen wir es einfach Augen Die Augen Kann ich noch weiter rein So, nee Das einzige, was ich machen möchte Ist vielleicht hier die Tränensäcke Bisschen Minimieren Das geht vielleicht, wenn wir die Augengröße Anpassen Größere Augen sind schön Ähm Augen zusammenkneifen Ah Nee Nee Da kriege ich ja Angst Breite Augen Das war schon perfekt Höhe Augen Tiefe Augen Ich glaube, man kann es gar nicht einstellen Okay Dann lassen wir das mal Okay Nase Die Nase Die Nase Die würde ich vielleicht sogar mal Bisschen Verkleinern Äh Nein Nein Das war schon perfekt So So ist besser Aber die Höhe würde ich irgendwie zurücksetzen Oder? Minimal Bereite Nasenrücken Ich glaube, alles, was ich mache, macht es schlechter Habe ich das Gefühl Deswegen lassen wir das mal so Oder diesen Winkel der Nasenspitze Das würde ich gerne mal anpassen Ja, Mann Genau das habe ich gesucht Genau das habe ich gesucht Das sieht, finde ich, besser aus Schauen wir mal Ja So sieht es gut aus Okay Ohren Hast du Ja, du hast dumm Ohren Das ist mir schon davor aufgefallen Das möchten wir ein bisschen Verkleinern Den Winkel bisschen anfassen So Die Offenheit Zurück Perfekt Genau das wollte ich haben Mehr muss ich nicht machen Zack Wangen Ähm Ich finde, dafür, dass du so eine Maschine wirst Hast du echt Die Wangen Sagt man das so Die müssen ein bisschen eingezogen sein Finde ich Ähm Bereite Wangen Hier Aber minimal Schauen wir mal Ja, besser, 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 besser Leicht Mund Höhemund Höhemund Besser Bereiter Mund Mundwinkel Ne, das ist so okay Lippendicker Ist wichtig, leider So Passt Kiefer Kinn Ähm Wollen wir eine Landebahn aus ihm machen? Ne Position Kiefer Ich glaube, das passt alles Hier so am Hals entlang so eine Landebahn wäre schon nice Aber lassen wir Okay, ich glaube, unser Schöling ist bald fertig Und danach gehen wir zum Heslo Danach gehen wir zum Heslo rüber Augenbrauen Ich will hier nichts machen, ehrlich gesagt Ich glaube, das ist perfekt so Körperbehaarung Äh Was kann man alles machen hier? Der hat ja keine Körperbehaarung Deswegen geht da nichts Was haben wir noch? Make-up Ne, da machen wir nichts Das kommt später Tattoos Ähm Am linken Arm Das ist der rechte Arm Das ist der linke Arm Nehmen wir den rechten Arm Oder müssen wir auswählen Okay Okay, was machen wir? Die Schlange sieht cool aus Oh, was? 66 Tattoos Junge, 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 Junge What the fuck? Äh Ich bin noch Boah, das sieht cool aus, Alter Irgendwie hat das was Irgendwie hat das was Sieht aus wie Sheldon Cooper Der versucht gerade an der Tafel Eine Formel zu lösen Aber es nicht hinbekommt Deswegen hat er seinen Arm genommen Um es zu verewigen Und dann während er Irgendwo hinfährt Das weiter zu bearbeiten Oder? Irgendwie hat das was Ich nehm das Ah, wieso ist es weg? Musst du anklicken Okay, Primärfarbe Man kann die Farbe ändern Äh Lassen wir es mal so Rot Man kann die Position ändern Ich glaube hier ist besser So ist besser Okay Kann man Noch ein Tattoo Ne, geht nicht Geht nicht Man kann Tattoo 2 aber bearbeiten Lassen wir es mal Lassen wir es mal Ich find's gut so Sieht geil aus Sieht geil aus Gut, ähm Also Der rechte Arm haben wir hinbekommen Ich würde gerne Körper Tattoo machen Am Rücken Kann ich das einstellen? Das ist Ne, am Rücken geht anscheinend nicht Oh Das wollte ich gar nicht Zack Kann ich das einstellen? Hm Äh Äh Narben, Narben Körper, Narben Rechts, Schmutz Narben, linker Wein Also ich mache am linken Arm Ein paar Narben Das Leben hat uns gezeichnet Mein Lieber Boah Das sieht crazy aus Das sieht auch krass aus Das sieht auch brutal aus Boah Das sieht alles brutal aus Alter Aber das sieht am krassesten aus Find ich Aber das hier Ich glaube ich nehm das hier Ja man Was haben wir noch? Narben, Körper Oho Oho Das passt irgendwie total gut Das passt richtig gut Schaut euch das an Man muss auch ne schöne Bisschen verunstalten Sonst sieht das so gemacht aus Das sieht krass aus Das ist ein echter Mann Äh Ähm Ich frage mich Wie ich am Rücken Ein Tattoo bearbeiten kann Das frage ich mich die ganze Zeit Also Körper Tattoos Ja Kann man das nicht Irgendwie switchen Eine Sekunde Das muss doch irgendwie Möglich sein Nee Auf dem Nee Da will ich kein Tattoo Ich möchte auf den Rücken Irgendwie Kann man das hier vielleicht einstellen Eine Sekunde Einmal Tattoo Hier Oder da unten So Ey das ist gar nicht so schlecht Auf so ne Hand Als du raus guckst Ja okay Machen wir Obwohl Warte eine Sekunde Hier Ah so geht das So geht das Leute Jetzt haben wir es Jetzt haben wir es So ein bisschen hoch Jawoll Nee das muss ein bisschen runter So sieht man das nicht Wir machen so ein Arschgeweih So eine Hand Was draus guckt Jugendzünde Oder irgendwas anderes Mal schauen was wir noch finden Oh Oder so Lange Oh das sieht cool aus Das sieht cool aus Leute Ich glaube ich mache das hier Das muss noch ein bisschen anpassen So Dahin Bisschen noch Jawoll Ja schauen wir mal Schaut dass wir nicht ausziehen können Ich hätte gar nicht gesehen Was da unten jetzt existiert Angezogen sieht man es so oder so nicht Aber irgendwie Hat es was Jawoll Unser Schöning mit einer Jugendsünde Okay das wäre durch glaube ich Ich glaube wir sind durch Abschließen So Körper haben wir Basskopf haben wir Detaillette Anpassung Aber Laufbahn So wir haben einen Kämpfer Wir haben den Bogenschützen Wir haben den Magier Wir haben den Dieb Ähm Lesen wir das alles mal durch Diebe sind die wirbelnden Dolche des Schlachtfelds So schnell für das Auge Mit ihrer Geschwindigkeit und Agilität Durchsprechen sie die Abwehr des Gegners Laufbahn kann später geändert werden Okay Magier nutzen ihre Stäbe Um für China Zauber zu wirken Ihre Beherrschung Von Verzauberungen Und Heilsaubern ist Wie jede Gruppe Eine große Hilfe Bogenschützen strecken mit dem Bogenfeinde aus der Ferne nieder Ihre Feile finden schnell Die Schwachpunkte des Feines Und wenden so das Blatt Im Kampf Kämpfer stellen sich Ihren Feinden im Nahkampf Mit Schwert und Schilds Ihre mächtigen Hiebe Und Gegnern verstecken Feinde mit Leichtigkeit nieder Ich glaube ich bin bei Dieb Irgendwie fühle ich das gerade Und es sieht einfach cool aus Mit dem Tattoo Mit der Narbe da rechts Was man so ganz wenig sieht Ich glaube Ich glaube ich fühle das gerade richtig Ich glaube wir machen das Unser Schönling ist ready Leute Unser Schönling ist ein Dieb Unser Schönling wurde Als er noch 15 Jahre alt war Von einem Tiger angegriffen Und hat eine Runde abbekommen Anschließend hat er sich gedacht Ich mache mir ein Arschgeweih Deswegen Weil er eine Schlange ist Hat er sich drei Schlangen Am Bobbes gemacht Und dann Hat er Sheldon Cooper Kennen gelernt Sheldon Cooper hat einfach Einen Bleistift genommen Und hat einfach Seine Formeln auf seinen rechten Arm Geschieben Und das ist unser Charakter Let's go Die Story ist auch ready Stimme Äh Hallo Wieso höre ich das nicht Ich such die Stimme Oh mein Gott Ich such das immer noch Wo ist meine Stimme Gefällt mir nicht Das hört sich irgendwie anders an Das hört sich an wie Michael Jackson Let's go Gefällt mir nicht Also Bisschen mehr Ausnahme Brauche ich hier Nein du bist ein Dieb Du hast nicht so eine Stimme Du musst auch kein Irgendwer Ich muss hier was tun Hä Okay Die Stimme Da werden wir uns nicht einig Okay Nehmen wir das hier Abschießen Let's go Da ist das Ding Ufi Äh ne Wir nennen den anders Wir nennen den Ne das ist Ufi Ufi Der Pupsi Der Pupsi Jawohl Das ist er Das ist der Ufi Der Pupsi Kann man Lärzeilen Darin Lass dich machen Ja doch kann man Ufi der Pups Gut Bestätigen Enter Bestätigen Hallo Bestätigen Bestätigen Spitzname Äh Oh Irgendwas mit U Irgendwas mit U Ufi Ufi Ugo Ulrich Ultra Ulises Ume Una Upa Uri Ursula Ursula ist doch gut Allah Ich bin Ursula Der Dieb Charakterfaction Eingestellen Und fortfahren Yes Die Daten Des Charakters Sind derzeit Angestellt Um die Dragon Dragon Talks Übernommen Zu werden Jawohl Das wollten Wir Sehr schön Jetzt geht es weiter So was steht Hier Bei der Erstellung Eines Charakters In Dragon Talks Maze 2 Hast du die Möglichkeit Patienten Zu werden Um das Aussehen Deines Charakters Zu Impotieren Den du In der Demo Version Erstellt Hast Ja Und Wir wollen Noch Einen Charakter stellen Und Zwar Äh Ganz ehrlich, der Schöne und das Biest. Ein Hauptwasser werden wir hässlich machen. Was gut ist hier? Neue Stelle. So, nehmen wir so ein... Also wir haben einen Mann gemacht. Wenn ich sagen würde, ich mache jetzt ein Weibchen hässlich, das ist irgendwie asi. Fühle ich nicht, deswegen machen wir unseren Mann hässlich. Eigentlich hätte ich die Frau hübsch machen müssen und den Mann hässlich. Ach, das ist jetzt asi. Egal, ich meine es ja nicht böse. Ich meine es ja nicht böse, Leute. So, was nehmen wir hier? So ein kleiner Giftzwerg? So eine kleine Giftdame? Nehmen wir einfach dich. Wir stellen eh alles um. Okay. Irgendwie fühle ich das. Was haben wir aber noch? Die ist mir zu hübsch. Ne, das fühle ich irgendwie. Das fühle ich. Mhm. Die Friese fühle ich auch. Oh nein. Irgendwie wird es doch süß. Oh, die gekickten Ohren, Alter. Fühle ich. Let's go. Die geknickten Ohren, Leute. Schaut euch das an. Man könnte die aufhängen. An ihren Ohren. So, Fell. Let's go. Was hast du? Ah, du hast nicht viel. Okay, lassen wir Typ 1. Äh, ich glaube, die Farben lassen wir einfach. Ich glaube, am Fell sollten wir nicht viel ändern. Ich glaube, das ist schon okay so. Es sei denn, hier Farbe 2 kann man irgendwas anderes machen. Aber nee, ich glaube, das war schon okay so. Vielleicht Farbe 1 bisschen heller. Äh, hätte ich gedacht. Ja. Das aussieht wie so ein Urinstrahl. Ja, ja. Ist schon okay. Körper. Körpergröße. Wir waren Giftzweck, haben wir gesagt. Rumpflänger. So, Giftzweck mit dem langen Bauch. Äh, Muskel. Du hast keine Muskeln, Bro. Du bekommst keine Muskeln von mir. Muskelkraft, zack. Große Trapezmuskel, zack. Oberkörpermuskulatte, zack. Unterkörpermuskulatte, zack. Oberkörpergröße, zack. Unterkörpergröße, zack. Jawohl. Perfekt. Kopf. Dafür bekommst du aber einen Riesenkopf. Weil du schlau bist. Vergiss das niemals. Du bist eine schlaue Person. Tiefer Kopf. Länger Hals. Dicker Hals. Alles auf 100. Jawohl. Hat was, hat was, hat was. Oberkörper. Äh, die Schultern müssen. Aber breit sein. Weil du bist, du bist stolz. Du bist ein stolzer Vasalle. Und die Schultern müssen dick sein. Jawohl. Zack. Genau so. Alles andere ist lauchig. Aber da oben geht's ab. Die Brustkülse muss natürlich auch angepasst werden. Was, man kann die Form ändern? Ja. Die Aussichtung. Lassen wir es mal so. Ähm. Rumpfbreite, Rumpftiefe, Armlänge. Armlänge muss lang sein. Und die Rumpftiefe. Das muss auch so ein bisschen angepasst sein. Okay, das passt so. Oberarmdicke. Dann brauchen wir ein paar Muskeln, Leute. Das ist eine stolze Vasalle. Alles ist lang entzerrt. Aber hier oben muss alles passen. Muckis muss sie schon haben. Unterkörper. Ähm. Nee. Wieder zurück. Haha. Wie sieht die noch witzig aus. Wie. Das ist es mal so. Beingröse gesagt. Schenkelgröße. Oh, die sieht aus wie eine Maschine jetzt. Ohne Spaß. Schaut euch das an. Außer sie sehen die Maschine gewassen. Aber lassen wir. Lassen wir. Hat was. Hat was. Bewegungsstil. Ah. Da kann man die Ausrichtung wählen. So. Du bist nach vorne gebeugt. Das ist geil. Was macht man vor dem Kniewinkel. So. Bisschen seltsam laufen. Und die Körperhaltung nach vorne gebeugt. Jawohl, Leute. Gib ihm. Schaut euch das an. Unsere Maschine ist ready. Kann man die anziehen? Eine Sekunde. Abbrechen. Kann man die anziehen? Oh ja. Oh ja. Okay, weiter geht's. Kopf. Augenbrauen. Am liebsten. Ja. Genau das wollte ich haben. Lassen wir direkt. Das sollte so bleiben. Augen. Ich möchte gerne, dass du größere Augen bekommst, meine Liebe. Größe Augen hier. So ist gut. Finde ich viel besser. Da kann ich dir tiefer in die Augen schauen, meine Liebe. So. Hier kann man aber auch mit dem linken und rechten Auge etwas machen. Zusammenkneifen. Ich würde hier ihr rechtes Auge zusammenkneifen, weil sie auch da Haare hat. Wisst ihr, wie ich meine? Wegen den Haaren kneift sie ihr Auge. Jawohl. Sieht man nicht tatsächlich? Doch, sieht man. Finde ich nice. Nase. Länge der Nase. Hat was. Bin sogar besser als davor. Ne, wir lassen es so. Breite Nasenrücken. Das ist mir so. Breite Nasenfügel. Das ist gut. Ja. Tiefe Nasenspitze. Kann auch reinschauen können, damit sie ihre Nase putzen kann. Ohren. Ohren. Also, ich will deine Ohren größer haben. Damit ich dir auch langziehen kann. Falls du Mist bauen solltest. Alles andere ist okay. Ich finde diesen Knick geil. Was für Drehung. Ohren, man kann es noch weiter verdrehen. Geil. Lassen wir es mal so. Wangen. Dicke Wangenhals. Oh, man kann. Ne, 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 ne. Machen wir es mal dick hier. Höhe Wangen. So. Mund. Höhe Mund. Machen wir es mal runter. Breite Mund ist schon breit. Position Unterlippe. Man erkennt nicht mal die Unterlippe. Aber so kann es bleiben. Keeper Kinn kann bleiben. Weiter. Körperbehaarung. Körperbehaarung. Frisur. Hm. Lassen wir die Frise. Oder machen wir so etwas. Hat schon was. Eine Sekunde. Lassen Sie. Schauen wir uns alles mal an. Aha. Aha. Die Farbe feiere ich noch nicht. Die Farbe müssen wir noch anpassen. Deswegen gefallen mir die Frisuren gerade nicht. Irgendwie hat das was. Irgendwie hat das was. Hä? Ich weiß nicht. Oder das hier. Hm. Was nehmen wir? Oder das hier? Das ist mir zu teilig. Ich glaube ich nehme erst mal das hier. Und Ende mal die Farbe. Damit wir das mal fühlen können. Weil die Farbe gefällt mir nicht. Machen wir mal einen Ansatz irgendwie. Irgendwas dunkles möchte ich haben. So. Farbe Spitzen. Irgendwas. Leuchtendes. Das leuchtet. Das leuchtet. So vielleicht. Ja. Jetzt können wir nochmal die Frisur anschauen. Jetzt hinten hier was cooles. So ein Bob Marley verschnit. Hm. Wieso eigentlich nicht? Hat schon was. Schau dich das an. Ja. 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 Machen wir. Hat was. So. Gesicht. Äh. Make-up. Jetzt kommen die Narben, Leute. Nasenfarbe. Okay. Äh. Was? Man kann da einstellen. Ah. Das sieht crazy aus. Hat was. Sieht auch crazy aus. Ich fand das gar nicht mal so schlecht. Das gerade eben. Hat was. Man kann es ja noch ein bisschen anpassen. Gesichtsmuster. Man kann es ja noch ein bisschen anpassen. Augenmuster. Wangenmuster. Irgendwie finde ich es geil. Lassen wir es mal so. Augenlast der Wimper. Zähne. Man kann die Zähne entfernen. Warte. So ist gut. So ein Häschen. Eine Sekunde. Warte. Das. Und das hier noch rein. Das hier noch rein. Passt. Feier ich. Das. Warte. Wir machen einfach nur die hier. Näh. So. Näh. Näh. Komm. Wir wollen den nicht übertreiben. Einmal die beiden weg. Und dann passt es. Vielleicht in der Mitte noch ein. So. Warte. Die weg. Jawohl. Geil. Krallenfarbe. Okay. Wo sind die Krallen? Man sieht es kaum. Aber so ist gut. So ein bisschen was Helles. Gefällt mir. Kann man auch irgendwas Farbiges machen? Ich glaube das ist gut. Äh. Zähne haben hier. Wimpern. Die Wimpern erkenne ich nicht mal. Ah. Das sind die Wimpern. Okay. Machen wir irgendwas Helles draus? Reicht. Augen. So. Ich will irgendwas Leuchtendes. Rotes oder Grünes. Hier. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Lassen wir. Sekundärfarbe. Was Rotes. Reicht. Ab zu den Tattoos. Ähm. Auch am rechten Arm. Was machen wir hier? Das Leben hat uns gezeichnet. Wir machen hier das hier. Oder ne? Ein Pfeil. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir. Muss man noch ein bisschen anpassen an der Position. So ist gut. Okay. Narben. Linker Arm. Zack. Boah. Die Narben sehen geil aus. Bei der. Nehmen wir das hier. Das wollte ich auch. Boah. Man kann sie riesig machen. So ist gut. So ist gut. Okay. Narben. Körper. Let's go. zack. Eine Sekunde. Jawoll. Äh. Ist ja falsch. Äh. Hier. Horizontale Position. Da ist es. Vertikale Position. Runter. Jawoll. Wir haben die auseinander genommen. Oder? Irgendwie hat das was. Ich glaube ich bin fertig. Ich glaube ich bin fertig. Schaut euch das an. Unsere Kämpferin. Die an unserer Seite kämpfen wird. Und nichts kennt. Sie ist ready Leute. Sie ist ready. Abschließen. Was ist hier? Detaillierte Anpassung. Haben wir doch fertig gemacht. Laufbahn. Äh. Die machen aus dem. Wollen wir Magie oder einen Bogenschütze daraus machen? Oder auch ein Dieb. Ne. Ich möchte glaube ich einen Bogenschützen. Oder Magier. Ich glaube Magier ist besser. Riesensart. Ah. Loyal und hingebungsvoll. Die gehorsamste Art von Vasal. Legt einen Schwerpunkt auf Unterstützung und Hilfe bündenden Notraum. Rational und strategisch. Vasalen. Die Vorsicht. Waldnasen. Bevorzugt. Verteidigung und Ausweich. Nutzt geschickte Taktiken um zu leben. Schlicht. Neugierig und abenteuerlos. Vasal von der ehrlichsten Art. Liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen. Und mag die Herausforderung. Gratlinig. Unverblümt und impulsiv. Ein Vasal der sich nicht an Regen hält. Genießt den Nervenkiss und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Hm. Ich glaube wir müssen. Also Magier. Wenn wir Magier nehmen sollte. Entweder gutherzig sein. Damit sie uns von Weitem unterstützen kann. Oder Gratlinig. Weil sie viel Schaden machen wird. Hm. Rational und strategisch. Was sein? Die Vorsicht behalten. Das sind bevorzugt Verteidigung und Ausweich. Und nutzt geschickte Taktiken um zu überleben. Aus dem Hintergrund attackieren. Ich glaube ich nehme gutherzig. Gutherzig süß. Die dritte Stimme ist am angenehmsten tatsächlich. So Name. Ähm. Ähm. Name. Das ist eine sehr gute Frage. Wie nennen wir dich? Ähm. Ähm. Ich wollte schon irgendwas mit Ufi wieder machen. Aber nee. Es geht nicht. Wir nennen dich. Valley Potter. Weil du Magier bist. Valley Potter. Oh ist geil. Hat was. Valley Potter. Spitzname. Niemals mit V. Von Harry Potter Valley Potter. Vega. Vavilov. Valkyrie. Vera. Vergel. Weiß. Victor. Victoria. Ich liebe diesen Namen Victoria. Vivian. Violette. Was? Viuhtifuul. Joe. Hier sind aber keine schönen Namen. Komm. Nehmen wir Victoria. Zufall. So. Charakterfaction und Fortfahren. Yes. Die Arten dieses Charakters sind derzeit eingestellt um den Dragon Dogmas 2. Und wir nach uns werden. Let's go. Ähm. Ja. Die Vollversion kaufen wir natürlich. Ich glaube wir sind fertig Leute. Elector. Oh. Wie ich erstellen gerade. Gell. Ich wollte. Ah. Hier ist sie. Ich sehe doch. Das ist unser Elector. Mit den drei Schlangen Tattoos an Bobbes. Richtig stolz. Einmal zurück. Und das ist unser Hauptbasal. Auch stolz. Aber aggressiv. Ready. Um anzugreifen. Wir freuen uns schon drauf. Natürlich können wir noch weitere Charaktere erstellen. Aber. Äh. Ich glaube die werden. Nicht mehr so spaßig sein. Weil ich. Äh. Da ein bisschen missbrauen werde. Deswegen sage ich. Wir sind durch Leute. 50 Minuten. Einmal Charakter erstellt. Aber nice. Danke fürs Zuschauen Leute. Bis dem Dix. Ciao. Ciao. Ciao.